Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ich begrüße euch zu Minecraft. Was hat der Marc geschrieben, dass du mal dein Internet-Router neu startest? Hab ich doch schon, hab ich doch gestern gesagt. Der wurde schon zwei-, dreimal jetzt durch neu gestartet. Weil ich hatte nämlich eine Zeit lang anstatt ein Gigabyte nur 90 drin gehabt. 90 MB und das macht jetzt einfach keinen Sinn bei dieser Internetleitung. Und deswegen haben wir den Armer neu gestartet mit Herrn Zen. So, das passt. Ja, was machen wir? Wir warten jetzt auf jeden Fall hier mal. Und dann können wir vielleicht nochmal enchanten, was? Ja, das auf alle Fälle. Wir werden auf jeden Fall heute hinten unsere Dings weitermachen und diese Maschine da weitermachen. Das machen wir. Und wir werden hier unten noch ein bisschen was machen. Da werden wir auch nochmal ein bisschen rumfummeln. Ja, 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 ja. Das ist der Plan. Das kam nicht an, sorry. Ja, 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 ja. Aber, äh, es besteht der Verdacht, dass hier jemand das Kabel rauszieht die letzten Tage. Nicht nett, nicht nett. Nein, nein, nein. Komm, da warten wir noch mal ganz kurz ab hier, wa? Lieben bei euch alles gut, Egi, bei dir alles Bingo. Bingo Bongo, Bingo Bongo. Was ist hier los? Ach, da ist, äh, okay, gut. Lalalalalala, zack. Zack. Naja, ganz, naja, obwohl. Das kriegen wir noch zusammen. Das kriegen wir noch zusammen, ihr Lieben. Was? Ne, das ist dunkel. Das machen wir nicht. Ich will immer auf den falschen Knopf rennen. So. So, und jetzt stelle ich mir gerade vor, wie ich diese 39 Stunden starte. Und jetzt einfach hier 39 Stunden. Oh, Leute. Das ist ja jetzt zu heftig. Was ist das? Und jetzt schauen wir hier draußen ein bisschen rum. Hopp, 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 hopp. Das müssen wir auch noch machen, ne? Hier ein bisschen ausschmücken. Auf alle Fälle. Haben wir denn, haben wir, können wir, wollen wir, müssen wir, dürfen wir? Oh, ich weiß es nicht. Hopp, 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 hopp. Ja, auf jeden Fall entstanden. Ich will jetzt aber nicht hier entstanden oder Punkte sammeln und wieder zurückkraschen. Wir reißen da vorne erst mal die Bäume ab, ne? Da braucht man ja noch ein paar Sepplings für, ne? Und ein bisschen Holz davon. Und das wird gar nicht so verkehrt. Und das müssen wir auch noch einfach mal machen, ne? So eine richtige Beton-Dings hier. Und hier müssen wir auch noch die Wolle austauschen. Das können wir ja auch gleich mal machen nebenbei. Okay, ein bisschen was, zumindest. Nicht alles, ein bisschen. A little bit. So. Man kann, äh, ich bin, wäre auch sehr dankbar, wenn man so im Vorfeld, bevor wir diesen Weltrekordversuch da machen, kann ich mal ganz kurz bei... Hello again, Lucario. Lucario, ich grüße dich. Äh, wenn wir diesen Weltrekordversuch machen, ähm, mal ganz kurz für YouTube, ich bin ein Zuschauer-Träger. Oh, der häng ich schon wieder. Er hat schon wieder Bohnen an den Topf gefressen. Äh, 39 Stunden Minecraft am Stück. Ähm, und ihr könnt gerne Vorschläge machen, was wir in diesen 39 Stunden bauen wollen, was wir machen wollen, was wir, ob wir wandern wollen, ne Höhentour machen wollen, cool. Wir können auch 10 Höhentouren machen in der Zeit. Was wird denn da gedacht, Sophie? Ähm, ganz wilde Nummer auf jeden Fall. Äh, gerne Vorschläge abgeben, bei YouTube in den Kommentaren, oder auch gerne bei Twitch, wenn ich live bin, mal reinschreiben, ob da irgendwie einer sagt, ja, Mensch, bau doch mal endlich was Vernünftiges. Sowas zum Beispiel. So. Hoffentlich kriegen wir jetzt hier wenigstens 10 Zeppelins raus. Zwei haben wir schon. Und was ist das hier eigentlich für ein Fusch? Äh, äh, so nervig mit diesem Scheiß. Und meine Leute. Das habe ich aber tatsächlich auch schon gedacht, Zen. Egi Bonapta sollst du nicht essen. Das habe ich tatsächlich auch schon gedacht, Zen. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Guten Tag. Ähm, ich will ja, ähm, Enderperlen sammeln und so, dass wir so schön hier werfen können und sowas, ne. Dass wir da wirklich hin können. Siegen, äh, weiß ich nicht. Gut, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Man kann sich ja auch in den ersten 10, 12 Stunden vorbereiten. Und dann zieht man da hin, ne. Geht's dir gut? Mir geht's gut, Sophie. Mir geht's gut. Wie geht's dir? Mich erschreckt so schnell nichts. Ne. Nein. Ich weiß, es schmeckt aber. Ja, man. Auf dem Festival ist das ein Highlight, ne. Am besten mittwochs losfahren und mittwochs abends füllen oder vormittags schön Bohnen eintopf fressen. Und dann zum Festival fahren. Auf dem Weg zum Festival noch ein paar Eier fressen und ein paar Buletten, ein schönes Bierchen reinkippen und dann geht's ab. Du sitzt auf dem Dixi-Klo, das macht einmal nur und dann ist der Darm leer auf jeden Fall. Auch, auch, danke der Nachfrage, nur ein bisschen heiß. Ja, man. Richtig krass. Richtig crazy. Egi, das machen wir mal. Den müssen wir aber in ein Zelt pennen, sonst macht das keinen Bock. So, warte mal, haben wir hier noch? Oh, hier ist noch. Oh, ja, ja. Oh, ha. Ja, leckst mir im Ohr. Ja, leck mich am Zykali. Haben wir eine Sera auf Tasse? Dann bekommst du aber nicht meins. Ja, wieso? Ich kann noch ein neues holen dann. Das ist super, jedes Jahr Festival ein neues holen. So, dann können wir hier auch mal wieder ein kleines bisschen weitermachen. Ich will das jetzt nicht alles machen hier, aber wenigstens ein Stück was, ne? Ein Stück weit. So, so, so. Das war schon. Ist gerade ein Angebot, wie teuer? Costa, quanta? Bist du ja gar nicht so konzentriert, wie so? Na klar, ich bin, ich bin immer auf, auf, auf Sendung. Also, nicht so auf Sendung, aber. Mich bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Ich bin, äh, sehr, ich bin sehr konzentriert. Upsala. So, hier nochmal. Oh, warte mal, was vielleicht auch gar nicht so schlecht wäre, wenn wir da hinten erstmal. So. 303, jawohl. Ohne Tomatesauce ist am besten mit angebratenen Speckwürfeln. Ich bin raus bei Speck. Ich bestelle mir noch ein neues, diesmal aber ein großes. Ist gerade, ja, wie groß denn, das ist hier die Frage. Geiler Typ. Hahaha. Na klar, bin ich nicht konzentriert. Aber hundertprozentig. Junge, das passt hier auf jeden Fall nicht. Warte mal. Warum macht man das? Upsala. Warte mal, wir holen nochmal ein bisschen was Weißes. konzentriert aufs Handy. Ja, Mann. Es ist tatsächlich doof. Ich mag es hier selber nicht, aber es geht gerade immer nicht anders. So, warte mal. Ja, die roten, hier auf jeden Fall die weißen runter. Hier auch. Oh, Da hin. So, hier ein roter. So. Na. 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 Lass mich da rein. So. Räuchten wir eigentlich noch dieses Holz, dass wir das mal, wir haben wenigstens schon mal etwas gepflegt. Machen wir da unten noch die Wolle raus. Heute mal einfach nur von jedem ein bisschen was machen hier. Wobei ich ja immer noch der Meinung bin, dass dieses Haus hier absolut fehl am Platz ist. Aber macht es denn Sinn, wenn man überlegt, es vielleicht irgendwo mal abzureißen, dann hier noch weiterzumachen jetzt? Nö, ne? Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn, denn will ich dieses Haus, wenn ich es wirklich abreißen sollte, weiß, ja, es hat lange gedauert, es zu bauen, ähm, dann sollte das irgendwann auch zeitnah passieren. Ah, ich weiß nicht. Es ist tatsächlich gar nicht so abwegig, Herr Zen. Mich stört es halt, dass ich das zu nah aneinander gebaut habe hier. Ich mag das nicht. Ich möchte das so nicht. Das ist halt das Problem. Und dann? Ich habe ja schon überlegt, ob ich mir die Mod hole, wo ich die Gebäude verschieben kann. Aber ich weiß auch nicht, ob das so geil aussieht mit diesem Rot-Weiß. Weiß ich nicht. Das hier gefällt mir ganz gut mit dem Blumenbäd. Aber das andere? Schwierige Sache. Roter Beton, weißer Beton, rote Wolle, weiße Wolle. Kam da jetzt eigentlich noch ein Schäpling? Nicht, dass hier noch ein Wasser fällt. Ein Fotzer. Fotzer. Machst du aus Holz? Was mache ich aus Holz? Das Haus? Nein. Kannst du nicht immer alles aus Holz bauen? Nee, das ist auch doof. Nee, ich weiß nicht. Was sagst du denn dazu, Lucario? Wo will ich denn hin? Achso, hier oben ist ja auch ein Bett. Ich finde es eigentlich hübsch. Hübsch. Also ist okay. Für meine Verhältnisse. Finde ich. Kann man so sagen. Haben wir da? Nö, ne? Nö, da ist nichts drin. Wo ist eine Mauer falsch? Hier unten? Hier oben? Oh. Bin ich mal gespannt. Andere Seite bei dem roten Haus? Von der Seite aus hier, oder? Ich gehe mal runter. Na klar, jetzt regnet es, Egi. Ups. Nee, hier ist alles gut. Hier passt auch alles. Hier oben auch. Oh. Ha. Das kannst du auch keinem anbieten, ne? Das. Gut, Egi. Gut, gut, gut gesehen. Ehrlich mal. Wie kannst du denn niemals Makler übergeben? Hier putze so. Oh, weiß ich nicht. Abreißen oder nicht? Das hat so lange gedauert, das zu bauen. Ich weiß nicht. Ich hab keine Ahnung. Das hat so lange gedauert, das hat so lange gedauert, das hat so lange gedauert. Das hat so lange gedauert,